um Willkommen bei dir! Das ist mein Track für mein Leben! So, nächste Folge! Das ist nicht ein Track für mein Leben! Kann mich jemand angieren? Na klein! Das ist nicht ein Track für mein Leben! Kann mich jemand angieren? Und ich und ich und ich! Babin, Babin, Babin! Babin? Sagibiriz! Bim, bam, bim, bim, bam! So! S.S.I.O! Spritzt du mit Special Guests, Kadim und Schwester Awa! Hä, was? Spritzt du mit Special Guests? Du hast da Awa, ist aber bei S.S.I.O. Ich weiß! Kommt weiter meine Freunde! Du hast auch dein Schnauze! Könnt ihr mich bandagieren? Nein! Ja! In zwei Minuten und acht Sekunden! Alter, guck mal, der Keks flüchtet! Zack! Ich will was essen, Alter! Ja, hier warte ich, tu den Keks rüberwerfen! Ich schiebe Barkeeper, Alter! Ja, richtiger Barkeeper! Alter, was leuchtet das hier eigentlich unten an? Ja, wenn man das anklickt, so ne? Okay, gehen wir? Ja! Wann kannst du dich mal durch jeden Sack? In zwei Minuten, ja! Okay, hab ich nicht gehört, weil ich unverschämt bin! Ja, ein unverschämter Bänge, Alter! Muss man schwer, mal eben Repairn! Brauchst du heute gehört? Ja, haben wir noch! Aber ich mach mir jetzt ein ganzes Tag! Boah! Die Grenade sich mir mal rein, die sollten wir nicht schmeißen, ne? Die Enderpearen sind ja Granaten voll vergessen! Nee! Gehau mal auf Niko! Was? Warte, wir sind grade, wir haben es geschafft, in der Folge mal nicht zu sterben, ok? Ey! Ich wollte nach ich neben dir schießen! Nein! Du hast das nicht! Spaß, man! Ich hab nur extra daneben geschossen! Ich wollte counter Dreh reviewing... so wir müssen insgesamt eine koordinate von minus 2000 haben also z das nur 500 blöcke und auf der grünen landschaften sind vor ist das ist eigentlich ein gebiet in der viele erinnerungen mann würde nachschiedung freudigkeit verloren was haben wir ja nicht gut mal das ein building trinkt leute trinkt ja stimmt wartet auf mich muss erst mal ein bisschen was mir gönnen so jetzt kann wir gehen bald breit das trinken jetzt mal die mann eigentlich mal alleine und ich muss aufpassen in dieser stadt schweißt du da gibt es ein loch da kommt man nie wieder raus ich finde das eh ich gehe mal suchen das spanner leute ich hab's gefunden echt ist es so reingefallen direkt diesen workbench cola chips fakes toll gemacht haben bisschen loot mut als diese gar nichts etwas gefunden hat irgendjemand irgendwas gefunden nein aber laufen hallo fernes klimo minus lasst euch weiter manuel du schäbiger komm jawohl du hast meinen namen gesagt zum glück du behinderter ich bin verhext du trottel ich bin verhext ja weil ich habe ja ich habe ja ich habe dann weil wir haben doch gleichzeitig gesagt hier ist eine workbench ich habe ich gesagt cola chips fakes naja aber dann hat es glück meinen namen gesagt ja ich bin ein hebs alter da oben stehen die so automatische nachricht alter malte wohin mit dir ja ich wollte ja auch rein malte ne wenn du was gefunden hast sag uns tschüss tschüss ich mo- ui wir einfach unsere beide verschwenden und gleich wieder ui wir sind tot oh neiiiin und fuck ja wo ist denn denn wo ist Nico jetzt schon wieder da du Arsch Alter habt ihr mich gesehen ich hab mir ein bisschen Spaß alter ich muss dich jetzt bandagieren bleib bitte stehen bleib bitte stehen bleib bitte stehen jetzt so brauchst du auch muss ich jemanden nur ein jetzt lohnt sich nicht ach kann ich hier noch nicht äh ist ja richtig chillig momentan ne so mach ich das spiel aber es sind auch keine zombies in der nähe zombies in der nähe wir müssen so da ist wie kann ich das abbauen mit der hacke ja hast du hä jawohl alter ich hab sogar hier guck mal hier ne bowl ja aber ich hab noch keine braunen pilze ich hab sogar noch eine suppe also wenn ich die esse dann hab ich ja noch so ne bottle natürlich wir sind gleich da ne bei malte äh manuel du weißt wo genau ja ja die pilz hier sind ganz viele braune ja ich hol mir die jawoll wir leben im forest ganz viele zwei an die drei korrekt den habe ich wollte ja du kannst du nicht decken weiß ich bei mir kann ich denken pilze kann man nicht denken aber nicht das scheiße dann lasst mal wer muss essen wir machen uns einfach jetzt essen müssen ja hier ist erst einmal eine bottle erst manuell dann ist meine und ich habe voll bei uns läuft das richtig gut ich müsste noch eine essen nimm doch wir haben eh genug pilze oder du hast du aus ja das waren pilzen also ich habe keine roten mehr schau mal eben ob du noch etwas ist ja so ein wald zu gucken ist immer gut vielleicht finden wir an diesem gebiet wo wir jetzt hingehen finden wir bestimmt was bleibt auf jeden fall hinter mir dass wir uns nicht verlieren ja du bist ja eh nur der mit der Bihindi Kapuze alter ja dich kann man echt gut im wald verlieren es ist hier oh da mal bei dir wir sind da ja ich erinnere mich hier auch dran ja mein das hier wo das Docking ja das ist das Docking doof Kunga du hast doch Cutting Skills oder kannst du es nicht raus cutten und eben hier rein machen was die Szene von früher so geil oder wenn ich jetzt die Szene von früher hier rein cutte ja das finde ich schön weil das muss das doch sein oder ja ok dann machen wir es so dass jetzt hier der Cut kommt und die werdet jetzt in unsere alte Folge eingeleitet bis gleich wartet noch ganz kurz wir müssen sagen wie lange ist das ungefähr her anderthalb Jahre ne ja irgendwie so weit oder ja können wir auf jeden fall gucken außer auf jeden fall bis gleich ihr könnt jetzt die Szene sehen von früher noch mit unserer super Aufnahmequalität ja gut jetzt hört mal weg Kinder du hast mir das ja damals mit dem rimjob erklärt was es ist ja ja guck mal nach was Docking ist das ist mir persönlich richtig ekelhaft oder soll ich das jetzt erzählen besser nicht ne ist ja nicht jugendfrei aber guckt das mal nach wenn ihr was lustiges kennen wollt Docking aber ich will das jetzt ich schau mir das jetzt ernsthaft an nicht jetzt also meine Freunde wartet sichert mich mal bitte Docking Docking so wie die Dockingstation D O C K I N G ok Docking warte ich geh mal grad auf einen Folgen auf gibt es auf Wikipedia auf Deutsch keine Ahnung man mir wurde davon nur berichtet ich habe da auch keine weitere das ist bestimmt irgendwie die sich gegenseitig in den Mund scheißen oder so ja ne das ist so sich gegenseitig bis dahin sind wir uns einig besamen ja so ähnlich sich gegenseitig andocken oder sich gegenseitig mit Sonnenblumsamen bewerfen das war so eklig ich will da gar nicht drüber reden aber es ist so lustig ja jetzt will ich es wissen ne guck mal kannst du nicht mal für 5 Sekunden Aufnahmestopp machen dann kann das Malte erzählen dies können wir machen bis gleich Leute so schon wieder in der Aufnahme ich mach die Amphosphäre kaputt ich mach die Amphosphäre kaputt voll gruselig hier alter was für ein das war ein scheiß alter da muss man ja drauf klarkommen menschen pass auf menschen machen das hier wirklich ich hab Pippi in den Augen ey wer überhaupt verzaubertes Eisenschwert ich würd gern ernsthaft ich würd also wenn irgendjemand von euch Docking bekannt ist und ihr das aktiv betreiben schickt mir ein Foto von euch ich würd ernsthaft Leute kennenlernen die sowas machen die so was machen da hab ich richtig Interesse dran da mal ein bisschen andocken ey guck mal hier guck mal hier guck mal hier ist er hier ist er die Dockingstation die Dockingstation alter was für ein Scheiße ach ok oh man scheiße alter der von dem Namen der macht ja voll Sinn ja ich hab mir gar nicht gedacht dass es so viel Sinn machen kann also der Name nicht die Tätigkeit was das kann ich sehr gut nachvollziehen diese Tätigkeit findest du doch extrem geil ne Alter Alter ich konnte nicht mehr über was anderes reden sonst kann ich hier auch gleich anfangen zu sterben voll machen so Leute willkommen zurück das waren Zeiten Guck mal wie professionell wir das gerade gemacht haben voll geil ich werde das einfach nachher vergessen reinzukommen dann wird das richtig peinlich ey was will der von mir Alter ey lass mir erstmal in das Haus gehen nein ich will da hochklappen ich glaub das Haus sogar in hier in hier es muss irgendwo ein Brunnen sein und da haben wir dahinten und da haben wir gecuttet nämlich Alter hier ist diese komische Schlucht ja ja diese Schlucht geil das Docking-Dorf ist das oh man Erinnerung Erinnerung ja ohne Scheiße Alter hier in diesem Brunnen da ist das Haus wo wir Dingens in diesen Häusern haben wir das ja rausgefunden und hier am Brunnen haben wir gecuttet wo du uns das dann erzählt hast vor allem dem Ding damals fand mir das noch richtig witzig Alter ja das war ja erste Erfahrung ja und jetzt sind wir schon so alt das ist also überhaupt nicht mehr schockt doch ging halt ja wir sind einfach nur abgärts der sollte unbenannt werden nicht City Welle sondern Docking Welle ja auch scheiße ich bin oben ne also wir sind voll weit im Norden ich hab gedacht wir kriegen immer krasse Sachen langsam boah chill doch mal ihr überlebt ne nicht dass mir hier wegstirbt ich bin jetzt tot ich hab du rüstung reparieren das geht noch weiter zwei Bögen und ein Chain Helmet alter wir haben einen Knopf bekommen ja gut Junge bei mir läuft grad richtig gut aus was soll man mit einem Knopf hier anfangen ja es gibt so mal zu Dungeons das ist halt so ne Eisentür ich krieg's halt nur oder wenn dir mal der Pullover oder die Jacke kaputt geht dann kannst du einfach einen Knopf nennen das war so klar das ist eine scheiße du bist so eine Mist geworden oder ohne Spaß wie kann ich nur sagen dass ich dich mag und dass ich mich mit dir treffen möchte du ja lock halt noch mehr zu mir wenn du schon da ich hab noch mehr an oh ist das so gut gemacht ja ne so sollen wir zur Schlucht gehen ja aber dann zusammen oder ja wo seid ihr tränkt brüder tränkt ja stimmt wie das immer direkt instant auf 19 sinkt ja ja bei mir hat das gar nicht aufgefüllt ich hab meine Bandage gewastet nein dir danach hast du gut gemacht hat noch jemand eine für mich ähm nein äh läuft bei mir ah alter alter dir ja leck noch stärker Server kann mich jemand verarzten tschö nein dankeschön hier ist die Schlucht haben wir nicht noch jemanden hier runter geschubst wollten in der Nuten hab keine Ahnung alter ich weiß es auch nicht mehr so genau ich weiß es ist hier noch mal die letzten Folgen hergeguckt oder was ich nö 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 warum das war das woher kamen das ist das war es war das ist das so kleine zu mir bei den Babyskelett oder und der ich habe getötet also wirken wo ich bin fast gestorben jetzt das noch 4,5 leider wieso geht er nicht so langen Weg wenn ihr einfach die Learen runterspringen können weil die dann nicht so Gängste mich wie du mitten im Zombiehaus sind ihr müsst auch immer unter den Pilzen gucken auch mal tun dass wir ineinander stehen unverschämt ich weiß auf der Mauer da waren immer tun die Pilze die auch abbauen fack ich hab kein Schwert mehr nein dann komm zu uns wo bist du ich hab noch ein Schwert ja pass auf hallo hier mal Platz im Inventar hier sind ganz viele braune Pilze ha ja warte ich kann machen wir könnten das eigentlich erstmal richtig krass viel Pilzsuffen machen ah nee rote Pilze haben wir nicht ah das ist ein bisschen miese das ist ein bisschen miese Brise die eigene Sonne mit die braunen Pilze da liegt eine Schere einfach so ja die ich hab die Truhe zerstört deswegen Zombie da oben kommt noch einer da kommt nur ein paar tot kann Platz mit meinem Inventar doch ich kann noch ich mach eine Suppe dann hab ich wieder ein bisschen wow Alter schon wieder so ein Zombie oder was ganz viele Alter da das sind Big Man Zombies Babies wie lang dauert es bis man mich wieder bandagieren kann wie viel Leben hast du noch 2 Minuten 10 2 Herzen dann noch mal hinter uns Alter ich hab noch 4 kannst du mich bandagieren hier ist ein kleines Jump'n'Run Leute ich hab keine Bandage mehr ich hab das nicht kommst du runter ich hab noch nicht bandagieren ich kann dir das glaub ich nicht geben guck mal ob das da steht Soulbound ich hab keine Bandage ja ist Soulbound scheiße wir sind am Arsch und ich verliere hier noch lustig Schaden nein Alter okay das war's ich spring ja nicht mehr raus warte ich versuche noch ich hab voll Angst da lang zu gehen aber wohin der jetzt toll über mich ist jetzt so ein scheiß Ding eins toll cool ich mach das nie wieder wo ist Malte das ist ein Zombie das ist ein Zombie ein Zombie ich hab schon 20 Zombies getötet und statt dass ich einfach hier auf die Mauer gehen oh ich bin so unnötig zwei Herzen verloren Alter man Malte du musst mal bandagieren gleich ihr müsst mich auch gleich verwandeln Jiren Bogen mit Punch und Power 1 der wird gewastet man komm mal her scheiße man bei uns läuft doch nicht so gut ich dachte ja das ist läuft ja dabei sind wir voll die naiven Loser die nichts haben nicht mal eine Familie cool Malte weil die läuft ich wollte nur wissen was da ist Alter dann guck mich mal lieber nicht nach chill dir darf ich bin weh guck mal jetzt mein krasser Bogen guck mal jetzt mein krasser Bogen ja cool dass ich hier runter gefallen bin du darf jetzt mein krasser Bogen punch in your ass natürlich stirbt das weil ich krass bin von hier oben sind wir eigentlich voll gut man Manuel da bist du so wir müssen cutten fuck nach dem kampf wo kommt der scheiß zombie alter cool das falsche so wollen wir noch nach oben in der folge ja lass irgendwo eine sichere ecke gehen das sind rote pilze hol hol iron helmet also richtig ausrichtet gut sollen wir uns hier ausloggen ja hier ja warte ich mach hier ich glaub mich genau hier ist schon aus so ich darf nicht vergessen das ist Folge 11 ne ja da muss ich auf jeden Fall gleich mal cutten ich glaub das war Folge 17 naja alles klar Leute ne wir sehen uns beim nächsten Mal genau nächste Folge bei dem wie immer abwechselt wer das bis jetzt nicht gecheckt hat am besten wiederholt die schule alles klar bis zum nächsten tschüss